In dieser Folge wollen wir uns mit weiteren grundlegenden Funktionen von Microsoft Excel beschäftigen, bevor wir dann in den Einsatz von den Funktionen hier in der Kommandozeile einsteigen werden. Was wir hier sehen, das sind die Stromproduktionsprofile der erneuerbaren Energiesysteme, die wir in Deutschland haben, stundengenau für das Jahr 2022. Das heißt, wenn wir jetzt hier runterscrollen, haben wir hier eine ganze Reihe an Daten für den 1., 2., 3. Januar und so weiter. Wir wollen jetzt hier uns ein paar grundlegende Funktionen nochmal in Excel ansehen. Das erste ist, weil wir sehen ja hier wieder diese Struktur mit den Spalten und den Zeilen. Wenn wir sagen, wir wollen jetzt einzelne Spalten vielleicht ausblenden, weil wir sie nicht brauchen, sondern hier die Bioenergie und die Wasserkraft, können Sie mit der linken Maustaste markieren, dann sind sie grün hinterlegt. Rechte Maustaste, da gibt es diesen Punkt Spalten ausblenden, dann verschwinden sie. Das ist für die Übersichtlichkeit manchmal ganz nützlich, dass man manche Informationen ausblendet. Wir sehen jetzt hier die Spalte B und C, die beiden fehlen jetzt. Wir haben jetzt hier A und springen dann direkt zu D. Man sieht hier oben noch einen ganz kleinen Bereich, dass hier zwei Spalten versteckt sind. Wollen wir sie wieder einblenden, kann man am einfachsten die beiden benachbarten Spalten markieren, also das A und das D, indem man hier oben mit der gedrückten Maustaste beide Spalten markiert. Rechte Maustaste, dann haben wir Spalten einblenden, dann erscheinen wieder diese beiden Spalten. Manchmal, wenn man eine Datei lädt oder öffnet oder Daten reinkopiert, dann hat man folgenden Fall, wenn man die Spalten, kann man die Spaltenbreite hier oben verändern, wenn man hier zwischen die Spalten, wenn der Mauscursor sich ändert, kann man hier die Spalte verändern, dass man dann hier diese Doppelkreuze sieht. Das ist manchmal etwas unglücklich. Jetzt kann man von Hand diese Spalte entsprechend verbreitern. Was man da auch machen kann, ist, wenn man diese Spalte markiert hat, kann man oben in diesem Bereich doppelt draufklicken und dann wird die Spalte automatisch in der richtigen Breite oder in der optimalen Breite dargestellt. Das kann ich jetzt auch für mehrere Spalten machen. Gucken wir uns das auch eben an. Ich habe jetzt alle Spalten markiert. Jetzt kann ich hier die Breite vorgeben. Für alle Spalten ist dann gleich. Man sieht dann auch die Größe. Das sind jetzt hier 164, 165 Pixel. Möchte ich jetzt hier eine optimale Spaltenbreite haben. Wir sehen das hier bei den sonstigen Erneuerbaren. Da ragt dann der Text aus der Zelle über den Bereich hinaus. Wenn ich das jetzt also beheben möchte, kann ich hier wieder alle Spalten markieren. Ich sehe dieses Breitensymbol. Doppelt draufklicken und dann passt der automatisch die Breite der Spalten an. Gleiches gilt natürlich auch für die Höhen der einzelnen Zeilen. Auch das geht entsprechend. Was können wir noch machen? Wir sehen jetzt hier schon eine Darstellung hier mit diesem Tausender-Trennzeichen und dem Komma. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Daten aus Quellen von englischsprachigen Webseiten zum Beispiel lädt, dass dann der Dezimaltreiner ja kein Punkt ist, sondern ein Komma. Was wir jetzt hier in der Darstellung sehen, ist, wir sehen jetzt hier den Tausender-Trenner und das Komma als Dezimaltrenner. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Daten lädt von englischsprachigen Quellen. Da ist dann der Dezimaltreiner ja nicht das Komma, sondern der Punkt. Ansonsten sieht man hier oben auch, dass er erkannt hat, dass das vom Zahlenformat eine Zahl ist. Hier ist es schon benutzerdefiniert, weil es ja so ein Datum, so ein Uhrzeitformat ist. Es gibt also hier, man sieht das hier schon verschiedene Arten der Formatierung, also Währung, Buchhaltung. Das ist also mit einem Eurozeichen, kurzes, langes Datum, Uhrzeit, entsprechend Prozent. Wir können Brüche exponential zahlen und Texte definieren. Also das hier zum Beispiel ist allgemein. Das ist ja dann automatisch in der Lage zu entscheiden, was das für ein Format ist. Man kann noch weitere Zahlenformate definieren. Das gucken wir uns aber mal in einer späteren Folge an. Was ich jetzt hier machen möchte, ist bei den Nachkommastellen, wir haben hier die Option, Nachkommastellen zu entfernen oder zu ergänzen. Das heißt, wenn jemand möchte, dass da jetzt keine Nachkommastellen sind, die werden dann einfach nicht angezeigt. Also die Frage, wie kriege ich das jetzt übertragen auf alle übrigen Zellen, denn das jetzt von Hand zu machen, wäre ja eine sehr mühselige Arbeit. Ich kann folgendes machen, ich kann hier auf diese Zelle klicken, dann habe ich hier oben links Format übertragen, diesen kleinen Pinsel. Dann wird das hier markiert und dann kann ich hier auf alle Spalten, die markiere ich einfach, B bis G durch das gedrückte Halten der linken Maustaste und dann ändert er hier die Formatierung. Was man auch gesehen hat, die Fettschrift ist verschwunden in der Überschrift. Das liegt einfach daran, dass diese Zellen nicht fett sind. Er das also hier für diese Texte auch übernommen hat. Dann kann ich den Text hier wieder fett schreiben und habe hier meine Darstellung, wie ich sie gerne haben möchte. Beim Datum entsprechend, auch hier können wir dann sagen, ich möchte nur ein kurzes Datum haben, dann würde die Uhrzeit verschwinden. Die ist im Hintergrund noch vorhanden, aber man sieht sie nicht mehr. Man kann das Datum auf lang stellen, dann steht jetzt hier Samstag, 1. Januar 2022. Also mit dem ausgeschriebenen Tag und dem ausgeschriebenen Monat. Ansonsten, wenn ich das wieder zurück machen möchte, gehe ich immer hier auf das Rückgängig, wie man das kennt. Ansonsten klicke ich einfach hier auf dieses Format, markiere meine Datumsspalte, Doppelklick und habe wieder die richtige Spaltenbreite. Das ist also auch ganz nützlich. So sind wir jetzt also in der Lage, diese optische Darstellung zu verändern. Ein letzter Aspekt, der auch noch ganz praktisch ist, haben wir es gerade schon gesehen, wenn ich jetzt hier runterscrolle, verliere ich natürlich die oberste Zeile, die ja die Spaltenüberschriften beinhaltet. Da kann ich Excel sagen, dass er aber diese Darstellung behalten soll. Über die Option Ansicht, da haben wir hier diesen Punkt Fenster fixieren. Ich kann die oberste Zeile fixieren, ich kann die erste Spalte fixieren und das Fenster fixieren. Machen wir erstmal oberste Zeile, dann entsteht hier ein etwas dickerer Strich. Wenn ich jetzt scrolle, bleibt die erste Zeile immer stehen. Das ist vor allem bei solchen Datentabellen natürlich sehr, sehr nützlich. Das Gleiche kann ich dann bei der ersten Spalte machen, dann verschwindet aber diese Zeile. Wenn ich jetzt runterscrolle, passiert nichts, aber scrolle ich nach rechts, dann habe ich halt hier mein Datum immer stehen. Auch das ist ganz nützlich, wenn ich jetzt hier noch weitere Messdatenreihen habe. nochmal markieren, dann ändert sich nichts. Dritter Punkt, den ich noch machen kann, ich kann diese Fixierung, also wenn ich es aufheben möchte, muss ich dann hier oben sagen, Fixierung aufheben. Letzter Punkt ist, wenn ich jetzt hier diese Zelle markiere, oder anwähle und sage Fenster fixieren, dann werden die Zeilen und Spalten, also die Zeilen darüber und die Spalten links von dieser ausgewählten Zelle, werden dann fixiert. Wir sehen jetzt hier, ich habe diese Zelle B2 genommen, das heißt also Zeile 1, Spalte A, die werden jetzt hervorgehoben. Ich kann jetzt hier scrollen, nach unten, ich kann nach rechts scrollen und diese beiden Bereiche, die erste Zeile, die erste Spalte bleiben, stehen. Auch das kann jetzt vor allem bei solchen Daten natürlich ganz nützlich sein. Aufhebung wieder hier rüber. Dann springt er immer einmal wieder in diese Zelle. Das kann ich auch irgendwo anders machen, wenn ich das jetzt hier bei dieser Zelle D6 zum Beispiel mache und sage Fenster fixieren, dann hat er halt die ersten fünf Zeilen und die ersten drei Spalten fixiert. Das heißt, er scrollt jetzt hier etwas wild hin und her. Das kann halt eine Anwendung haben, wenn ich jetzt zum Beispiel das Datum, das die Uhrzeit getrennt habe in zwei Spalten, das kann eine Anwendung sein, die ich brauche, dann würde das entsprechend so dargestellt. Das kann nützlich sein. Meistens braucht man aber nur eine Zahl, eine Spalte aufheben, dieser Fixierung, indem man da oben bei Ansicht entsprechend die Auswahl tätigt. Also darüber kann man jetzt seine Daten in der Ansicht verändern. Das ist dann immer ganz, ganz nützlich, um mit den Daten erstmal visuell in Excel arbeiten zu können.